Heute ist der 20. Dezember und ich öffne das 20. Türchen meines Lach-Adventskalenders. Jetzt ist schon fast Endspurt. Und in dem Türchen ist heute was für alle, die noch groß Hausputz machen wollen. Und zwar kann man lachend putzen. Wir haben das Fensterputzlachen und das machen wir jetzt gemeinsam. Ihr habt den imaginären Lappen in der Hand putzt und lacht. Da macht doch Putzen. Gleich noch mal so viel Spaß. Lacht's gut und auf Wiederlachen.